Liebe Freunde, liebe Leser der Querschüsse, ich sitze hier vor einer EU-Fahne, die mir im Rücken hängt. Ich habe diese Fahne nicht sehr gern. Und es wird immer schwerer, sie gern zu haben. Denn unter der Fahne der EU ist wahnsinnig viel passiert, was uns schadet und was uns nicht gut tut. Das heißt, man sollte sich überlegen, wie man mit der EU weiter umgeht. Mein heutiges Thema ist die EU-Waffenrichtlinie. Und das ist eigentlich die größte Beschwernis, die uns die EU in der letzten Zeit beschert hat. Wir haben ja seit Langem mit der EU die Auseinandersetzung geführt, warum diese neue Waffenrichtlinie überhaupt gemacht werden soll. Und ich war ja im November in Brüssel, habe mir dort das angehört und bin eigentlich enttäuscht, verärgert und EU-feindlich zurückgekehrt. Jeder, der mit mir mit war, hat dasselbe Empfinden gehabt. Die EU-Richtlinie ist jetzt fertig. Es ist eine Waffenrichtlinie. Und alles, was von der EU kommt, hat uns immer noch Erschwernisse und Verschärfungen gebracht, ohne dass unsere Sicherheit verbessert worden ist. Es ist ja ein Aberglauben und es ist eine Fehlüberlegung zu meinen, dass mit einer Verschärfung des Waffengesetzes die Sicherheit eines Landes oder der Europäischen Union verbessert werden könnte. Wir hatten ja bereits zwei EU-Richtlinien, die unser Waffengesetz und zwar dramatisch verschärft haben. Und sie haben gar nichts gebracht. Sie haben nur Bürokratie gebracht, sie haben Kosten gebracht und sie haben die Sicherheit Österreichs nicht verbessert. Im Gegenteil. Die Sicherheit Österreichs ist heute schlechter denn je betreut und wir leiden unter dieser vermehrten Kriminalität. Was ist der EU eingefallen? Ich sage es ganz kurz. Es gibt natürlich Ausarbeitungen darüber und wir haben das auch auf der Homepage veröffentlicht. Man kann das also nachlesen. Aber die EU hat zur Bekämpfung des Terrorismus keine andere Idee gehabt als das Waffengesetz, das natürlich nur von Leuten beachtet wird, die ohnehin nichts anstellen, zu verschärfen. Und man hat sich einige Verschärfungen einfallen lassen, die jetzt innerhalb von 15 Monaten in Österreich umgesetzt werden müssen. Sofern jetzt der Rat auch noch zustimmt, was aber bald der Fall sein wird. Die Verschärfungen, die einzelnen Verschärfungen sind diskutiert worden. Es ist etwas weniger schlimm geworden, als wir zunächst gedacht haben, weil zunächst war geplant, alle Halbautomaten zum Beispiel zu verbieten. Das ist nicht ganz so geschehen. Es ist aber in die Nähe dieser Verbote gekommen. Und es wird jetzt die Frage sein, was Österreich aus dieser Waffenrichtlinie macht. Unser Herr Innenminister hat ja gesagt, man müsste das österreichische Waffengesetz überhaupt nicht ändern. Ich kann mir das nur so erklären, dass unser Herr Innenminister sich unser Waffengesetz nicht angeschaut hat und auch die Richtlinie nicht angeschaut hat. Das heißt also, er hatte keine Ahnung von dem, was er spricht. Die Umsetzung könnte sehr viele dramatische Verschärfungen bringen. Ich rede jetzt gar nicht von den Magazinbeschränkungen, die natürlich ein vollkommener Unsinn sind. Ich rede auch nicht von den Demilitarisierungsvorschriften, die ebenfalls ein vollkommener Unsinn sind, weil das ist alles bei uns im Gesetz schon längst verarbeitet und eingearbeitet. Ich rede auch nicht von den zusätzlichen Registrierungsvorschriften für Kategorie D-Waffen, die bis jetzt, zumindest der Altbestand, nicht registriert werden mussten. Ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass irgendein Terrorist in Brüssel, in Paris oder in Nizza mit einer Kategorie D-Waffe herumgelaufen ist. Das existiert anscheinend nur in den wirklich seltsamen Gehirnen der EU-Politiker. Aber ich rede von einem, was noch nicht wirklich verstanden wurde, was die Jäger und die Sportschützen auch nicht verstanden haben, nämlich die automatische Ablauffrist für alle Waffendokumente. Das gilt also nicht nur für Waffenpass, das gilt nicht nur für Waffenbesitzkarte, sondern das wird auch für Jagdkarten gelten. Und nach den Vorstellungen der EU soll es so aussehen, dass alle fünf Jahre diese Dokumente die Gültigkeit verlieren und neu ausgestellt werden müssen. Mit allen Erschwernissen, die damit verbunden sind. Also es werden unsere Herren Weidmänner sich alle fünf Jahre einem Psychotest oder einem Test beim Amtsarzt unterziehen müssen. Und ich schätze, dass nicht sehr viele dieser Jäger überbleiben werden. Aber die Jägerpartei, zum Beispiel die ÖVP, hat in der EU dieser Verschärfung mit großer Begeisterung zugestimmt. Ich verstehe das nicht. Das ist ein kurzer Überblick darüber, was auf uns zukommen wird. Es ist ein Lichtblick mit dieser Richtlinie verbunden. Der Lichtblick besteht darin, dass wir jetzt in Österreich 15 Monate Zeit haben, diese Richtlinie in österreichisches Recht umzusetzen. Und innerhalb dieser 15 Monate wird eine Wahl sein. Und diese Wahl wird entscheidend sein für alle von uns für alle Waffenbesitzer. Nicht nur für die Jäger, nicht nur für die Sportschützen, nicht nur für die Waffensammler, sondern auch für alle jene, die sich in den letzten Monaten für den Selbstschutz eine Waffe zugelegt haben. Und ich denke, wenn wir zur Wahl gehen, sollten wir das berücksichtigen. Und wir sollten diese Parteien wählen, die nicht bei der EU zugestimmt haben, sondern gegen diese Richtlinien gestimmt haben. Es sind dies, die FPÖ. Es ist dies, das Team Stornach. Und es ist auch seltsamerweise die Abgeordnete Daneos gewesen, die dagegen war. Warum die dagegen gestimmt hat, hat sie nicht gesagt. Und ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht das nur versehentlich abgelehnt hat. Aber ich denke, dass noch sehr viel gesprochen werden muss über diese Richtlinie, dass noch sehr viel gesprochen werden muss über die politischen Auswirkungen und dass noch sehr viel gesprochen werden muss darüber, wie wir unsere Entscheidung bei der nächsten Nationalratswahl treffen werden. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Nationalratswahl